Lektion 170 In Gott ist keine Grausamkeit und keine ist in mir. Niemand greift an, ohne die Absicht zu verletzen. Das kann keine Ausnahme haben. Wenn du glaubst, du würdest in Selbstverteidigung angreifen, dann meinst du damit, dass Grausamsein Schütz sei, dass du sicher seist, dank der Grausamkeit. Du meinst, dass du glaubst, einen anderen zu verletzen, würde dir Freiheit bringen. Und du meinst, angreifen heiße, den Zustand, in dem du dich befindest, einzutauschen gegen etwas Besseres, Sichereres und vor einer gefährlichen Invasion und Angst Geschützteres. Wie durch und durch wahnsinnig ist die Idee, dass sich vor Angst zu schützen, anzugreifen heißt. Denn hier wird die Angst gezeugt und mit Blut genährt, damit sie wächst und anschwillt und Wut schnaubt. Heute lernen wir eine Lektion, die dir mehr Verzögerung und nutzloses Elend ersparen kann, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und durch deine eigene Abwehr dagegen wird es wirklich und unentrinnbar. Leg deine Waffen nieder, denn erst dann nimmst du wahr, dass es falsch ist. Es scheint der Feind außen zu sein, den du angreifst. Doch deine Abwehr stellt einen Feind in deinem Innern auf. Einen fremden Gedanken, der im Krieg mit dir liegt, dir deinen Frieden entzieht und deinen Geist in zwei Lager spaltet. Denn die Liebe hat jetzt einen Feind, ein Gegenteil. Und die Angst der Fremde braucht jetzt deine Verteidigung gegen die Bedrohung dessen, was du wirklich bist. Wenn du sorgfältig die Mittel bedenkst, durch welche deine eingebildete Selbstverteidigung auf ihrem imaginären Weg voranschreitet, wirst du die Voraussetzungen wahrnehmen, auf welchen die Idee fußt. Erstens ist offensichtlich, dass Ideen ihre Quelle verlassen müssen, denn du bist es, der den Angriff macht und ihn zuerst ersonnen haben muss. Doch greifst du außerhalb von dir an, trennst deinen Geist von dem ab, der angegriffen werden soll. Im vollkommenen Glauben, die Spaltung, die du gemacht hast, sei wirklich. Als nächstes werden die Eigenschaften der Liebe ihrem Feind verliehen. Denn Angst wird deine Sicherheit und der Beschützer deines Friedens, an den du dich umdrohst und um Entrinnen aus Zweifeln an deiner Stärke sowie um Hoffnung auf Ruhe in einer traumlosen Stille wendest. Denn die Liebe bittet dich, jede Abwehr als bloße Torheit abzulegen. Und deine Waffen würden in der Tat zu Staub zerfallen, denn nur das sind sie. Mit der Liebe als Feind wird die Grausamkeit unweigerlich zu einem Gott. Und Götter fordern, dass die, die sie anbieten, ihren Diktaten gehorchen und es ablehnen, sie zu hinterfragen. Eine harte Bestrafung wird unerbittlich denen zugemessen, die fragen, ob die Forderungen denn vernünftig oder gar gesund sind. Ihre Feinde sind es, die unvernünftig und wahnsinnig sind, während sie stets barmherzig und gerecht sind. Heute schauen wir nüchtern auf diesen grausamen Gott. Und wir stellen fest, dass er, auch wenn er blutverschmierte Lippen hat und Feuer aus ihm zu lodern scheint, doch nur aus Stein gemacht ist. Er kann nichts tun. Wir brauchen seine Macht, nicht zu trotzen. Er hat keine. Und die, die ihre Sicherheit in ihm sehen, haben keinen Hüter, keine Stärke, an die sie in Gefahr sich wenden können. Und keinen mächtigen Krieger, der für sie kämpft. Dieser Moment kann schrecklich sein. Aber er kann auch der Zeitpunkt deiner Befreiung sein aus unterwürfiger Sklaverei. Du triffst eine Wahl, wenn du vor diesem Götzen stehst und ihn genauso siehst, wie er ist. Denn der Gott der Grausamkeit nimmt viele Formen an. Eine andere lässt sich finden. Doch denke nicht, dass Angst der Ausweg aus der Angst ist. Wir wollen uns daran erinnern, was im Textbuch im Hinblick auf die Hindernisse vor dem Frieden unterstrichen wurde. Das Letzte, von dem es am schwersten fällt zu glauben, es sei nichts, ein scheinbares Hindernis, das wie ein massiver Block aussieht, undurchdringbar, furchterregend und unüberwindlich, ist die Angst vor Gott selbst. Hier ist die Grundprämisse, die den Gedanken der Angst als Gott auf den Thron setzt. Denn die Angst wird von denen geliebt, die sie anbieten, und die Liebe scheint jetzt mit Grausamkeit ausgestattet zu sein. Woher kommt der total wahnsinnige Glaube an Rache-Götter? Die Liebe hat ihre Eigenschaften nicht mit denen der Angst verwechselt. Und dennoch nehmen die Anbieter der Angst jetzt ihre eigene Verwechslung unausweichlich im Feind der Angst wahr und die Grausamkeit der Angst als Teil der Liebe. Was wird nun furchterregender als das Herz der Liebe selbst? Das Blut scheint an seinen Lippen zu haften. Das Feuer kommt von ihm. Und er ist über allem Maßen schrecklich, unvorstellbar grausam und streckt alle nieder, die anerkennen, dass er ihr Gott ist. Die Wahl, die du heute triffst, steht fest. Denn du blickst zum letzten Mal auf dieses Stück behauenen Stein. Das du gemacht hast und nennst es nicht mehr Gott. Du bist schon früher an diesen Platz gelangt. Doch hattest du die Wahl getroffen, dass dieser grausame Gott in noch einer anderen Form bei dir bleiben sollte. Und so kam die Angst vor Gott mit dir zurück. Diesmal lässt du sie dort. Und unbeschwert von ihrer Last kehrst du zurück in eine neue Welt, die du nicht mit ihren blinden Augen siehst, sondern mit der Schau, die deine Wahl dir wiedergab. Nun gehören deine Augen Christus und er blickt durch sie. Nun gehört deine Stimme Gott und ist ein Widerhall der Seinen. Und nun bleibt dein Herz ewiglich in Frieden. Du hast ihn gewählt an der Götzenstadt und endlich werden wir deine Eigenschaften, die dir dein Schöpfer gab, zurückerstattet. Der Ruf für Gott ist gehört und beantwortet worden. Nun hat die Angst der Liebe Platz gemacht, während Gott selbst die Grausamkeit ersetzt. Vater, wir sind wie du. In uns wohnt keine Grausamkeit, denn keine ist in dir. Dein Friede ist der unsere. Und wir segnen die Welt mit dem, was wir von dir allein empfangen haben. Wir wählen noch einmal und treffen unsere Entscheidung für alle unsere Brüder in der Erkenntnis, dass sie mit uns eins sind. Wir bringen ihnen deine Erlösung, wie wir sie jetzt empfangen haben. Und wir sagen Dank für jene, die uns vollständig machen. In ihnen sehen wir deine Herrlichkeit und in ihnen finden wir unseren Frieden. Heilig sind wir, weil deine Heiligkeit uns befreit hat. Und wir sagen Dank. Amen. 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 Vielen Dank.